Ja, hey du! Leben ist Bewegung und für uns als Menschen ist Bewegung total wichtig für unseren Körper, für die Emotionen, die durch uns strömen wollen und auch für unsere kreative Kraft. Die heilsame Bewegung, die ich gerne praktiziere in meinem Alltag, ist eine Technik, wenn man so möchte, wo wir nicht vom Kopf her uns zwingen, in die Bewegung zu gehen und wo wir auch kein fertiges Bild haben, wie die Bewegung aussehen muss. Diese weichen, heilsamen Bewegungen laden dich ein, still zu werden, nach innen zu lauschen und zu entdecken, dass es bereits einen natürlichen Bewegungsfluss in deinem Inneren gibt, in den du dich einklinken kannst. Und wir lassen uns sozusagen von dieser inneren Bewegung führen in die Bewegungen, die von alleine entstehen. Das ist erstmal total spannend, finde ich, weil jede Bewegungssequenz ist anders. Es ist sehr, sehr heilsam, weil dieser natürliche Bewegungsfluss uns dabei helfen kann, Bereiche in uns, die sich zurückgezogen haben, die vielleicht durch traumatische Verletzungen bewegungslos oder erstarrt geworden sind, dass wir die sanft sozusagen in den Fluss der Bewegung wieder integrieren können. Und es unterstützt wirklich tatsächlich deine Heilung, deine innere Entwicklung und deine Beziehung zur eigenen kreativen Kraft. Und gerade im Moment, wo bei vielen Menschen energetisch so viel los ist und so viel Anspannung in der Luft liegt und wir manchmal auch dazu neigen, zu sehr im Kopf zu sein, lade ich euch ein, in die andere Richtung zu gehen, mehr zur Erde zu kommen, mehr im Körper zu landen. In diesem Seminar möchte ich dich einladen, deinen natürlichen Bewegungsfluss kennenzulernen und deine Beziehung zur Bewegung zu heilen, zu erneuern, zu vertiefen. Die Delfin-Schule, die wird vom 14. bis 16. Oktober stattfinden. Bis zum 11. Oktober könnt ihr euch anmelden. Und da wird es darum gehen, einerseits zu schauen, welche Bewegungsprägungen habe ich vielleicht aus meiner frühen Kindheit mitgenommen. Wir werden die erstarrten, festgefahrenen Anteile liebevoll unterstützen und einladen, wieder aufzutauen, vorsichtig in Bewegung zu kommen. Wir werden immer wieder Bewegungssequenzen machen, gemeinsam, unterstützt auch durch Meditationen. Und du wirst ein bisschen mehr entdecken, wie entsteht eigentlich Bewegung, was gehört alles dazu und wie kann diese Bewegung unsere Heilungsprozesse unterstützen. Ja, ich freue mich total auf das Seminar und ich habe gemerkt, dass die Delfine einfach auch hereinkommen, um uns jetzt in dieser vielleicht etwas herausfordernden Zeit einzuladen, uns wieder mehr in die höheren Schwingungen einzuklinken. Und wenn du dabei sein möchtest, melde dich gerne an. Falls du ein Oasenbewohner bist, denk dran, da einen Gutschein einzutragen. Die Bewohner der Oase bekommen einen 50% Ermäßigungsgutschein. Dann alles, alles Liebe und vielleicht sehen wir uns und hören wir uns schon bald in unserem Seminar.